Es hat mir gedacht, komm Leute, falls ihr dieses Resulte Pack für 2-6 Stunden etwa zum Boundout haben wollt, smasht einfach mal den Note-Button, nein Spaß, gibt einfach nur Bewertung oder lasst einen Kommentar da, damit ich einfach weiß, ob ihr interessiert seid. Jojo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft Survival Games und wir werden gleich in 16 Sekunden in die Endmap teleportiert und ja, ich probiere irgendwie seit 2 Stunden aufzunehmen, locker ist die ganze Zeit 2 verschiedene Maps habe ich probiert aufzunehmen, weil ich die anderen gerade nicht so cool finde beziehungsweise einfach keinen Bock auf die habe und ja, die werden aber irgendwie nicht so oft gevotet beziehungsweise die werden nicht so oft aktualisiert heißt, ich kann immer schön erstmal so 10 Minuten zwischen den Areden warten, bis die mal wieder kommt und ja, jetzt habe ich mir gedacht, komm, nehme ich einfach mal Endergames auf ist jetzt das erste Mal Endergames an diesem Tag heißt, beziehungsweise halt nicht Endergames, sondern Endermap all in survival games heißt, ich könnte ziemlich verkacken, ich hoffe aber nicht denn ich habe heute eine sehr wichtige Sache, euch mitzuteilen es geht um meinen Resource Pack aber ganz kurz, ähm, vorab möchte ich euch nochmal ganz kurz informieren ähm, beziehungsweise nochmal was witziges erzählen, was mir so gestern aufgefallen ist und zwar hatte ich ja gestern ein Timolia-Turnier hochgeladen und es hat bis jetzt irgendwie 320 Likes und einfach mal ein Dislike das hatte ich irgendwie noch nie finde ich auf jeden Fall ziemlich cool ähm, ja, wollte ich einfach nochmal gesagt haben dass ich irgendwie Feierfund habe ich halt wie noch nie gehabt das finde ich einfach lustig ähm, ist lustig, ne? kann ich bestätigen so, gut, äh, wir haben da nicht so OP-Rüstung aber ich würde sagen, wir beginnen einfach trotzdem mit dem was ich euch, äh, mitteilen wollte in diesem Video schaffen wir den? jawohl so, und, okay Diamant gefällt mir aber jetzt müssen wir auch wieder runterkommen haben wir geschafft auf jeden Fall, äh, ja hatte ich schon kurz angesteutet mit dem Resource Pack oh Gott, wie geil ist das denn bitte oh, äh jetzt haben wir schon Vollrüstung, Eiserschwert gut ich sollte aber mich nicht immer vom Thema ablenken lassen und zwar habe ich es angesprochen mit dem Resource Pack so, ihr seht, ich spiele mit einem Resource Pack und zwar mit einem R3D, äh, Minecraft Resource Pack falls sich da einige auskennen äh, das ist einfach nur ein äh, Resource Pack, was es in Minecraft gibt und das heißt halt R3D Craft und ich habe davon einen Mix erstellt so, Sache ist, ich habe keine Rechte an diesem Texture Pack, das zu veröffentlichen und das ist halt immer die Sache es fragen mich so viele in den Kommentaren hey, kannst du dich mal veröffentlichen? äh, gibt es das mal zum Download oder so? ähm, woher hast du die Schwerte? sowas kommt halt immer wieder besonders in Livestreams, ähm, ob ich das mal irgendwie zum Download stellen kann deshalb habe ich mir gedacht, komm Leute, falls ihr dieses Resource Pack für zwei bis sechs Stunden in etwa zum Download haben wollt smasht einfach mal den Like Button nein, Spaß, gebt einfach nur Bewertung oder, ähm, lasst einen Kommentar da damit ich einfach weiß, ob ihr interessiert seid und ja, dann würde ich das sozusagen vielleicht mal einrichten lassen weil die Sache ist halt einfach, ich hatte bei 4000 Abonnenten glaube ich das mal so gemacht äh, dieses Tuddle Resource Pack hier, ähm, und zwar das hier das war, ähm, das hatte ich sozusagen selbst gemixt äh, von Tuddle sozusagen inspiriert weil ich es einfach saucool fand ich wollte es auch haben, habe ich es mir gemacht und, ähm, da wollten halt sau viele von euch das auch haben Sache ist halt, ich habe keine Rechte habe ich mir gedacht, komm, mach ich das für 24 Stunden frage ich davor, wollt ihr es haben waren glaube ich ja 4000 Abos über 800 Likes da und das ist auf jeden Fall eine heftige Zahl und ich merke, dass die Runde läuft das freut mich äh, auch wenn ich hier keine Gegner begegne aber das ist auch kein Ding mein Deutsch versagt man wieder gar nicht und ja, auf jeden Fall, ähm ja, wie gesagt, da hatte ich dann sozusagen gemacht äh, habe ich gesehen Alter, das wollen verdammt viele meist einfach für 24 Stunden on jetzt ist die Sache ich habe eine größere Reichweite und zwar mehr als dreimal so viel und da ist natürlich die Sache hey, es gibt auch wieder Leute die sich dann nicht so cool finden und dann denken so komm, lass die mal einen richtig miesen Strike reindrücken lass mal cool sein äh, und das irgendwie den den Hersteller von Redcraft, äh, weiterleiten und, ähm damit die mich dann sozusagen irgendwie äh, verklagen können beziehungsweise halt nicht verklagen können sondern mir einfach einen Strike reindrücken und das Video sperren lassen und so weiter jetzt ist die Sache dass sicherlich niemals in 6 Stunden so ein Verfahren eingeleitet werden könnte von Besitzer von Redcraft heißt, ähm ja, dass ich es vielleicht so 2-6 Stunden maximal äh, zum Download freistellen würde äh, sobald halt also, falls ihr sozusagen das unbedingt wollt ähm halt wie gesagt es gibt halt wirklich Leute die dann, äh die halt nicht so cool sind und die halt einfach mal dich nicht so mögen und, ähm ja, hatte ich ja eben im Zwischen erläutert ähm die das halt gerne mal melden oder sowas also ich ich hab jetzt nicht mit so Leuten zu kämpfen aber ich denke mal dass es immer solche Leute gibt, ja also es gibt immer Leute, egal in welcher Abonnentenhöhe ich hatte glaube ich vor 2 Jahren, anderthalb Jahren mal einen Kanal oder vor anderthalb Jahren war das in etwa doch so oder fast vor 2 Jahren sogar schon keine Ahnung auf jeden Fall, äh ja, hatte ich da auch so Let's Plays gemacht und da gab's einfach Leute, ja ich hatte da so ein äh, Survival Games Video auf Hype aufgenommen weil ich von noch früher so übelster Hype suchte die hab ich die ganze Zeit da drauf gespielt wenn ich auf irgendeinem Server gespielt hab auf jeden Fall, ähm ja ihr müsst euch vorstellen ich hab eine Aufnahme gemacht und ich hatte da glaube ich damals auf Gomme weil das halt erlaubt war Damage-Ekaters drin oder sowas und hat es halt da auf Hype auch drin ich wusste nicht dass es da verboten war ist halt immer die Sache dass manche Mods auf dem Server erlaubt sind auf dem anderen Server dann wieder verboten sind so hatte ich aufgenommen hatten ein paar in die Kommentare geschrieben ja hier machen wir beim nächsten Mal aus das ist verboten und so weiter Zwinker-Smiley, ne wie man's kennt halt coole Leute und dann gibt's wieder einen der bannt einen direkt beziehungsweise der meldet einen direkt auf Hype richtig cooler Boy ja der war ein bisschen dumm weil ich hatte Eisenschwert ähm ist er da okay ist ja eine Entscheidung ich fand's gut ähm ja auf jeden Fall gab's dann wieder so Leute die dann meinten so ja hey komm lass den mal auf Hype reporten weil er Damage-Ekaters drin hat auch wenn er's nicht wusste lass den einfach mal hier ein bisschen ärgern und ja ist doch cool ist doch cool ne ist stark so hat er dann gemacht wurde ich gebannt super ähm das heißt es gibt glaube ich immer Leute egal oh Gott ich dachte schon Internet lag oder so äh es gibt halt sozusagen immer Leute egal welche Reichweite es gibt halt immer Leute die einem schaden wollen äh was ich besonders schlimm finde ist bei kleinen YouTuber ähm die also mich juckt's wirklich nicht wenn irgendwelche Dislikes auf Videos sind aber ich kann's verdammt verstehen äh dass das kleinere YouTuber ziemlich als Demotivation nehmen wenn er jetzt irgendwie so immer 20 äh Dislikes von irgendeinem hobbylosen Person oder so auf dem Video sind äh das ist natürlich ziemlich uncool also wie gesagt es gibt immer Leute die einen schaden äh wollen die einem irgendwas nicht gönnen oder sowas und ja das ist halt wie gesagt ziemlich gefährlich und ja aber ich hab's mir einfach trotzdem gedacht komm äh kann man ja mal fragen ne ob die Interesse besteht so ich hoffe mal das kommt niemand von hinten und boxt mich ins Feuer rein ich bin grad echt verwundert dass diese Runde so schön läuft das ist sehr idyllisch hier das ist wundervoll ähm so zwei Dias ach ich hätte auch zum Spawn laufen können wir ins Craften können ein Dias Schwert aber ich hab ein Eisenschwert reicht mir so ähm alter wir haben acht Copper und so ein Shit okay sehr gut ich hasse nämlich kleine Maps dat Gurkenglas ich glaub gegen den verniere ich der backt im Boden auch nicht cool äh ich darf nicht abgestaubt werden auch nicht cool so und der hat einen Goldapfel gegönnt und der hat oh Gott äh ja ich bin tot äh ja noch ganz kurz meine Sachen in die Luft sprengen da 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 damit du nix kriegst so wundervoll bin ich erst auf dem Spielfeld geräumt und ich würde sagen Gott der hat schon gewonnen GG oh Gott der hat na okay der hat jetzt abgestaubt wahrscheinlich keine Ahnung ist mir auch egal ich hab nicht gewonnen ähm so das war so der Runde Minecraft Survival Games ich hoffe es hat euch gefallen und ja wir sehen uns dann im nächsten Video wieder es war vielleicht ein bisschen chaotisch aber ich hoffe ähm dass ihr es verstehen könnt dass es nicht so lange äh gehen kann man kann einfach bei einer Reichweite von 13.500 Abonnenten nicht sowas ermöglichen dass jeder sich der das haben wollte downloaden kann weil es einfach so ist äh dass manche im Urlaub sind dass manche auf Klassenfahrt sind dass manche gerade krank sind dass manche am PC dürfen dass manche Internetprobleme haben es gibt immer irgendwas ne man kann nie jeden glücklich machen ich hoffe trotzdem dass ähm einige Leute dadurch glücklich werden beziehungsweise halt die ich muss erst mal gucken ob das so viele wollen und ja wie gesagt dann sehen wir uns beim nächsten Mal macht's gut tschüss